frisst du schweine peter weg mit der rübe gefunden ich brauch stahl ich brauch stahl die eisenbräufe der war von dem mann ja super so ich hab mir mal hd-ofen gebaut hd-ofen 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 abgabe messbecher sein einziger abgefuckt ist du so wie sie das anhört ich kann ihm sagen warum kann ich hier nichts anbauen weißt du nicht aber das ist deine bude ist wahrscheinlich oder was aber wir können dann nochmal alter marion mir schreckt die waren erschreckt dazu ich weiß was der pfeifen war meine thermos fange ja echt jetzt ja die hat die luft geschoben dann fände ich an zu pfeifen du bist immer noch nicht alt marion nee niemals niemals sag mal hakt es bei dir oder was ist und damit wir einen kopf ja das echt und jetzt nicht das halbe unser google so nein hübschen klein und hübsch da haben wir ja auch mal ein blasebalg damit der schnelle einschmelzt hier dann wissen wir blasen habt ihr es gehört er wird blasen was ich bin aus warum rede ich überhaupt mit dem warum rede ich überhaupt mit dem das macht doch gar keinen sinn das macht doch gar keinen sinn ekelhaft die person was ist mit allen alles so zu 55 plus oder ja natürlich vorher nix machen wo ich bin überhaupt nicht mehr reichen marion wollte nur gucken ob du noch da bist ha 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 ja 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 ganz schön gemein und hinterlistig hallo aber gut dafür ist es ja da dafür ist es ja da was hast du in scheiße gelegen nein was warum erzählst du dann sowas scheiße gelegen ach scheiße gelegen ja weil ich mich mega verspannter ach da kann man auch drin kochen in dem ofen das ist ja auch geil oh hier ist ein bär vor der tür du hast halt den junge mann du hast der mund der mund ist im gelang oh Gott ich bin tot knappe geschichte mann ne weil ich weiß weil ja Brossi hat ein bisschen Brand nach Brand von der Pizza gestern Abend nach Brand mh war sehr gut gefürzt also ich sage ja die war ich lecker war gut ja aaaaaaah ja weil ich die Bisse die ich bis jetzt so gegessen habe ok das ist ja geil aber das ist doch schön mh habt ihr das schon mal bestellt oder war das ganz neu ja ähm vorher haben wir anderes Essen da immer bestellt achso das ist wahrscheinlich ein Inder oder so mh das weiß ich nicht heißt Mafiapisser haha ja gut das kann alles sein haha ne aber war ich super sonst hab ich immer ähm äh wie heißt das noch äh Dioros 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 warten wer bist du denn Achso scheiße Oh nein Dioros Dioros doppelte das freut mich ich habe mir ein bude kaputt der drecksack alter hier ist gerade polen offen leck mich fett genau so schau hier ist gerade richtig polen offen keine ahnung kommen auf einmal die ganzen verstrahlten mit der kettensäge schafft die rechte schrift nach hause die hausse von johann wo sind unsere frau sind aber seid ihr irgendwie das geht von der haustür weg ihr schweine betteln und auch sie an den haus hier im verboten da und er hat noch kurz die tür aufgemacht finde ich sehr gut da muss ich und ich glaube das ist ein bisschen ganz so der so weg was ist euer scheiß problem warum macht ihr einfach ich verstehe so weit dass wir so langsam meine horden welt brauchen ja ich wundere mich gerade über diese dummheit die stehen hier wenn sie zwei meter weiter hier rüber gelaufen wären ich sage nicht hier ist alles in ordnung jetzt ich komme extra nach hause und wie teuer ist das ohne mappelt hat er nicht gesagt doch im zombie unfreundliche person sehr unfreundliche ja weiß ich warum ich mich dafür nicht zuständig wo ich gerade gebaut habe ohne ende ich weiß nicht mehr wo was war hier gott ein bisschen gebaut hat ja bestimmt alles in den tag hundertprozentig natürlich jesus maria doch endlich was ja mein sohn macht mich einfach nur fettig den fettigen rettich nicht mal sortieren was soll ich denn sortieren das ganze müssen ja genau also du dir beim sortieren möge ich glaube mit tot da werden wir dann wissen ein solcher wer war das weiß ich nicht 1 2 3 1 2 4 war ja klar dass das nitrate so und direkt neben der werkbank habe ich eine kiste gemacht und warum ich nicht geschafft habe prinzessin eisenherz kann das auch nicht recht machen der ist nur am rumjammern ein kleines kind was so freuen punktos gut los das werden sie mal nicht unfreundlich hier schon die bork hat texas ranger wer ist am überleben soll ich die 3er schrotflinte was für die schrotflinte ja doppel doppel das so ja kein münchen käse die taten nasenbär dann habe ich das alles leer gemacht mit rat aber kohle ist auch nicht das weiß ich auch nicht alles weil sie konnten versuche ich mich meine fresse machen wir sind in der sichersten zone das gibt es hier leider nicht nix gibt es jetzt gibt was auf die nase aber ich weiß ja aus einem moment ich bin gleich jetzt noch mal eben hier ein bisschen halte ich kann golfklappen machen hd knife jetzt ja ein ende so ich wollte entfernen die munition die bräuchte ist im moment nicht da draußen sein er ist mal der will was von dir ich habe nur gesagt da draußen ist einer mit erst mal der möchte etwas von dir nur weil du mir jetzt wieder irgendwas anderes unterstellen möchte ich auch das ja das ist aber warum sie mal wasserflaschen das judas bleibt uns auch einschmerzen was ich nicht verstehe warum machst du nicht gleich schwarzpulver junger manchmal frage ich mich keine zeit dafür ja genau hallo besuch für dich deine freunde sind da ich habe keine zeit hat sie reingelassen kann nicht sein ich habe keine freunde wir haben gesagt wenn deine freunde wie du hast sie reingelassen ich traue dir alles zu mein freund ich traue dir alles zu guckzug stehen in der bude und schlagen unsere ganzen sachen kaputt dann ist alles weg da waren wir schon dran in den konterbunden denken weiß ich nicht ich bin es nicht ich bin es nicht aber ich bin es nicht ich bin es nicht okay ich bin es nicht Ich glaub, die haben sie gerade durchgeschlagen hier unten. Nee. Die haben auch nicht zwei Minuten allein gelassen, ne? Nee, aber gleich. Ich mach mal auf. Oh, gar nicht mit dir raus. Albi! Warum bist du tot? Dann haben wir zwei Zombies da. Einmal reinhalten und... Da bist du, ne? Ja, sind halt große Zombies, ne? Ein brennender Riesenhase. Ein brennender Schaft. Was? Der Riesenhase ist nicht böse, okay. Aber er hat einen brennenden Schaft. Ich auch. Ich muss zum Arsch. Hallo? Spiel. Na? Mo? Mo ist froh. Aufm Klo. Hm. Ich suche Honig. Honig! Weißt du, was Honig ist? Nee. Oh, nee. Das ist ein bisschen mit Cashspinnen. Verlässig. So packe ich in die Kisten. Soll ich die Kisten auf die Schmieden packen? Ja, mega. Hallo. Ich muss grad mal gucken, wo ich den ganzen Kletteradatsch... Eigentlich müsste man die ganzen Kisten hier reinschmeißen. Wunder. Weil oben ist scheiße, wo die stehen. Ah, ja. Ich hab' das wieder runterkommen. Du bist... Ah ja! Ja. Die kommt in die Küche hoch. Klamotten kann man auch in die oben hinpacken irgendwo da der Müll liegt. Ich bin tot! Stimmt doch gar nicht. Aber sucht sie. Oh, danke! Danke! Marjan? Wo ist das? Da! Danke fürs Essen, Marjan! Krasses Essen! Mhm! So, ich wollte eigentlich mal aus der Leben zu verholfen. Bist doch ne alte Pasau! Hör auf mal rum rüssen! Ich hab gar nichts gemacht. Oh, ne Sandkiss hab ich vergessen. Nägel und Kleber. So... Albi, mein Freund! Komm mal her, hier auf mehr! Nägel... Die Einkaufskiste würde ich mal direkt hier vorne an den Eingang schmeißen. Uh! Unten ist schon wieder High Life. Boah, ich hab den Zombie beide Beine weggeschossen! Hahaha! Das sieht aus wie so Klumpen! Hör mal, das hat etwa den Zombie? Ja! Hör mal, hab ich! Oh! Wo kommt der? Wo kommt der, du Mistfrösel? Der schreit aber auch immer rum, wie so ein kleines Mädchen, ne? Alter, weil ich mich voll erschrocken habe, dass er auf einmal neben mir steht. Der habe ich vorher gar nicht gesehen. Mist, ey! Boah! Das ist ein kleines Mädchen, ne? Wie so ein kleines Mädchen? Ja! Und? Hast du da mit einem Problem? Ja! Tschaggeline! Wo ist der Hörsch? Den ich abgeschnallt habe? Hörsch! Mit Ö! Hörsch! Scheiße! Hallo! Denk ich wieder an! Ui! Boah! Was ist der letzte eigentlich überhaupt? Was passiert da? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Da ist jetzt Blei in der Schmiede, aber die Schmiede ist nicht an. Nein! Hä? So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Das fällt nur auf Vanille. Boah! Was? Das lässt mich hier so ein großer, verstrahlter Teil hin. Was ist mit der Vanille? Ich hab' wieder verschont, ey! Was ist denn heute los mit dir? Ich weiß es nicht. Echt nicht. Ähm. Das Verderben. Deswegen glaube ich nur auf Vanille essen. Weil, ähm. Irgendwas verrottet Fleisch, ja. Wir haben was verdorben, aber die Schmiede sind nämlich nicht verdorben. Okay. Klamotten packe ich mal hier hin. Oh! Nein! Das hört sich aber echt ungesund an, ne? Ja. Hey, was soll's? Und gesund, ja. Ich bin gesund, aber. Helmfessel. 2000! 2000! Boah, der hat 2000 Energie. Leck mich. Tschüss! Oder? Was soll's fallen? Oder? Ja, das ist besser! Ja, da muss ich. Ouh, ich fuh lebe raus. Ist das besser, nein? Oh, ich fuh die Brust. Das ist besser. Ah, ich fuh die Brust! ich hatte ach so dass es kommen die anfangs ja 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 eine frau sich das herzen das gekochte essen ist ja schon mal danke und wünsche euch ein schönes wochenende ein bisschen vielen dank noch mal und ich würde ja angenehm angenehmes wochenende und wer sehen wir uns ja morgen weil wir lesen uns morgen ansonsten wünsche ich ein schönes wochenende und wir sehen uns das ist die schmecke wir hören uns und sehen uns abstimmung taub schild taub oder einfallsreich alles lass es dir schmecke ja erst mal ein stück für mich mit uns ist ein altes herrenhaus mann es ist mit ihr prinzessin ich habe alles immer auf einmal alle auf einmal auf mich aber das ist unfair bitte bei dir bitte guten appetit wenn auch okay natürlich Natürlich! ich höre nichts mehr das ist jetzt unfair ja ich höre auch nix wenn er jetzt so mit wollen wie vom bingem popo ein taubes nüsschen dankeschön von helsing schankadön jeder hässliche kaum kommt da ist sie habe mich schon gewundert wo die alte ist die alte wo ist sie die alte Ich bin nicht 30 Jahre ausgestanden. Irgendwie voll creepy, ey. Voll. Was hast du? Wo haben die? Ah, Papa. Ich wei. Ah, ich wei. Mein Arme. 1, 1, 2. Zack, zusammen. Aber. Auch nicht. Darf du? Morbus, darf sie mich hauen? Ja. Warum? Ich hab meine Erlaubnis. Ah, du bist schön schön unfair. Dafür bin ich bekannt. Dafür stehe ich mir beim Namen, Klaus Hipp. Was war das? Stopp. Also, du bist weg. Wollte ich gerade sagen, ob du weg bist? Nein, alles gut. Boah, ey, ey, ey. Was ist denn hier los, Jungs? Ha! Hä? Ja, hier auf und zu. Bist du doof? Ja, wann bist du? Ha! Mann, bist du doof. Ich hab da von da noch so ein grünes Auge. Du bleibst da. Du bleibst da. Her, willkommen im Chat. Ja, alles gut. Okay, hier lieben noch viel mehr. Okay. Schnüppel, wir schnüppeln die Südose. Knüppel aus dem Sack. Ja, der raucht. Du alter Raucher. Hup. 3 auf 1, 2. Alba! Oba! Nicht einfach nur schocken. Was? Prost ist nicht für jeden da. Auch wenn die Werbung so lautet. Das glaube ich schon. Was die ist für alle da. No. Aber sowas finde ich. Ich glaub schon. Topenfil. Oh, der ist auch nicht ohne. Der ist auch nicht ohne. Der ist auch nicht ohne. Alles nichts ohne. Guck mal, ich kann tanzen. Hast du gesehen? Haha. Geil. Oh, ein Bein. Hey! Hä? Kommst du her? Ha! Genau, dass ich meine. in die Eche. Das ist so schrecklich. Ja, mich hat er eben schon bei der. Sterben lassen. Weil, ich hab das einfach sein. Immer auf die Flüsse. Hey! Ich sag ja. Man hört nicht, ne? Und dann plötzlich wird sie von der Seite angegriffen, ne? Das ist echt. Nicht schön. Ah, Tabletten. Mein Hund ist da? Wie ist dein Hund? Hast du neuen Hund? Ah ja, hast du ein neues Tier, da? Neues Tierchen? Ich habe einen vier Jahre alten Chewbaba. Er heißt Roshi. Das hast du schon mal, glaub ich, erzählt, ne? Der Rocky. Boah! Alter, du postest ja durch die Wand, ey. Hats... Hast du schon mal erzählt, ne? Hast du schon mal erzählt, ja? Wieso war er weg? Boah! Boah! Wo war er jetzt in der Gasse gehen eben? Was ist das für ein Gebäude? Wie lange ist das eigentlich noch Taubheit? Ich weiß es nicht. Noch 15 Sekunden. Er lag nicht bei mir im Bett. Ich kam jetzt zum Puscheln. Dann schnudelt die Mann eine Runde von mir. Zack. 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 Oh, endlich. Endlich höre ich wieder was. Oh, ich höre die Feier ran. Oder? Ich hab... Weil ich mich eben für höre. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, ob du eine Schreierin gehört hast. Du hüpfst ja ganz woanders rum. Ich bin in einem Herrenhaus, was vielleicht mal so schlecht ist, aber ich hab schon echt ein bisschen, ey. Oh, halt. Ich hab halt zu. Nicht, dass er Alpträume hält von uns, oder? Von mir. Von meiner... Visage. Visage. Du bist ein Quatschkopf, ey. Warum soll er von deiner Visage Alpträume kriegen? Ja. Ja. Ich hab da nicht... Nicht nur von meiner Visage Alpträume. Haha. In dem Moment auch dabei. Ah, so. Okay. Ekelhaftigkeit. Was ist denn für mich? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Mal her, ja. Ah. Das ist auch noch ein Motor. Das ist ja ein Queller. Aber was soll das sein? Das bin ich auch so. Oh. Oh. Müde bin ich auch. Müde bin ich, geht so, wo sagt das kleine Känguru. Hä? Was? Da. Was? Oh, Chemieschassung. Oh, Chemieschassung. Abrenschen. Abrenschen. Ja, 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 ja. Aber ich hab hier gleich ein Problem. Hier haben sie gleich gewandt. Durch die Hecke. Na. Oh. Waffen. Motz. 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 Ja. Ich hab die Türisch 1 auf dem Sack. Komm doch her. Und ich sehe halt. Ich bin auch ziemlich. Ah. Was ist los? Ich bin auch ziemlich. Ah. Ich bin auch ziemlich. Ah. Sollte das ein Blut werden? Oh. Ich bin schnell. Oh. Ich bin schnell. Da gibt es was auf die Schnute. Von der kleinen Ute. Ich muss mich mal in heilen. Ich muss mich mal in den Schuss. Ich brauche mich schwer. Das muss ja durch das Feuer kommen, ne? Dass man immer so etwas hat. Ja. Huch. Ich hab schon kurz Angst. Danke schön. Oh. Das brauchen wir einfach einer neben da. Böser, böser Bub. Der Hofmeister hat dieses Gebäude dann. Kann doch wohl sagen. Hey. Du hast auch eine. Echt nur. Was ist das? Echt das? Hallo. Ich muss zu Hause bleiben und muss sie die ganze Bude auf Vordermann bringen. Statt dass er sich mal um eine Hortenbase kümmert, geht er lieber draußen spazieren. Weißt du? Und unser 1 muss hier gucken, wie er klarkommt. Ich versuche Messbecher zu besorgen, Kollege. Immer diese Ausreden. Es ist ja nicht so, dass morgen Horde ist, aber. So, hier waren wir, Hanna. Schlimmer. Oh, ich bin draußen. Oh. So, sieh hier. Hä? Wo denn? Hä? Ach ja. Hallo, Schwester Stefanie. Wie gibt's was mit dem großen Schnüppel auf die Nase? Ist ja unangenehm. Nur Müll hier. Oh. Spider-Zombie. So. Zack. Und. Wenn die. Zombie so ersparen, wenn man oben ist, ne? Waffe. Du bist ne Waffe, du bist ne Waffe, du bist ne Waffe, du bist ne Waffe. Wo haben ihr denn her? Bam! Seht mit ihrem Schopf. Das ist echt so. So, Shotgun. Das ist auch ne Shotgun. Das ist. 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 Ist das. Oh, das ist. Die ist ein Schreihaun. Diese ist ein Schreihaun. Oh, 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 oh. Sie hat hier eine Schrehaun. Das ist natürlich kacke, ne? also war ist sie mit dir los gibt die man mal seine pillen dass er sich beruhigt immer wenn er pillen haben muss man sein betreuer an das habe ich spaß jetzt habe ich spaß ich habe angst vor ihm möchte ich habe einfach nur angst der macht mir einfach nur angst was ist eigentlich das hier masse multiblock class ich habe einen ausdauern wir wollen es kommt im alter aus liegt daran dass ich noch jünger bin aber habe ich gehört habe ich mein bord eingepackt hat ja schön dass es einrichten konnten ich habe nie ein leffel hoch welches ich mache